Musik 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 Ich glaube, wir können es dann auch schneller machen in der Pause. Und bitte! Hallo, mein Name ist Vi. Ich bin der Regisseur von Argentin. Eigentlich habe ich cool studierend. Ich habe mit meiner größten Lärmung gearbeitet. Und nach meinem Kunststudium habe ich angefangen, Film zu folgen. Also, ja, bisher habe ich schon drei Filme gemacht und Argentin ist mein Dritter. Ja, Argentin ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich. Und ich denke auch für mein Team. Aber es gab auch sehr viele Probleme. Zum Beispiel, während der Dreharbeit gab es auch noch sehr viele Probleme zwischen unserem Team. Also, unser Team befindet sich aus alten Mitgliedern und auch neu. Und manchmal konnten wir gar nicht, also konnten wir nicht so gut miteinander verstehen. Deswegen, es dauert ein bisschen. Und wir müssen sehr lange arbeiten. Aber wir haben es geschafft. Jetzt ist der Film in Port Produktion. Und ich glaube, dass der Film sehr, sehr schön sein wird. Und ich wollte auch, ich hätte auch einen Pass bedanken. Ohne ihr können wir den Film gar nicht machen. Und vielen Dank, wir werden Menschen sehen, wie der Film aussieht. Tschüss. Tschüss.